Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei FM Liebe, zurück bei Hansa Rostock im Fußballmanager 2003. Zweite Folge, die erste Folge ist mega, durch die Decke gegangen, 60 Views innerhalb von anderthalb Tagen. Das ist nicht normal für meinen Channel, dafür erstmal herzlichen Dank. Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem linken Verteidiger. Definitiv brauchen wir da, da hatten wir in der letzten Folge schon ein paar Angebote rausgehauen. Ich hoffe, das Spiel bleibt jetzt einfach mal stabil und macht keine Zicken. Oder ist laut, wie sonst was. Ist es sowieso, aber kann sie ausschalten. So, Roaring Cummings. Ja, okay, keine Verhandlungen mehr mit dem. Okay, okay. Ist verlängert. Fernando Meyra wechselt vielleicht zu Tottenham. Victor Skriptnik, Magnus Abidson. Okay, egal. Roaring Edge reduziert. Das war... Ja, schön flexibel. Sehr gut. Das klingt doch nach was. So, 1,5 Millionen biete ich. Ja, etwas Bedenkzeit. Ja, das war klar, dass das mit Sanjol nichts wird. Gut. Mit Roaring Edge kommen wir auch nicht überein. Na toll, dann darf ich wieder suchen. Gut. Auf einen kommt etwas Geld. Das ist schön. Gut. Ja, alles gescheitert. Sehr, sehr ärgerlich. Dabei waren wir ja gar nicht mal so weit davon entfernt, den Roaring Edge zu bekommen. Ja, und da stehen wir wieder am Ende. Ja, wieder mit leeren Händen da. Spreche ich darf wieder suchen. Bis gleich. So, hier haben wir Morten Hamm und ich gehe jetzt mal um Entscheidungen suchen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Drückt man einfach nur die Pfeiltasten und kann sich so mit dem Verein über einen Preis übereinkommen. Relativ unübersichtlich, aber 1,3 Millionen gehen in Ordnung für die Rennen. Ja, weiterhin hatte ich noch einen relativ bekannten Spieler oder für jemanden, der zu der Zeit ein bisschen drin war in Sachen Fußball, Stefan Schnorr, gebürtiger Neumensperaner, beim VfL Wolfsburg Untervertrag. Da habe ich mich mit denen auf die gleiche Weise geeinigt auf 2,53 Millionen, Entschuldigung. Ein wenig Aufregung, kann passieren. So, dann lassen wir das mal so gehen. Ja, ich habe mich geeinigt mit denen. Okay, es geht los. Vertragsdauer. Ja. Ich möchte dich in meiner Mannschaft haben. 27 Jahre alt ist er. Ich möchte dich in meiner Mannschaft haben. Das sollte langen. Genau, Ablöse hatten wir schon. Handgeld kann ich ihm noch anbieten. Dann mache ich mal 50.000. Was sagt er denn jetzt? Ui, 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 ui. Okay. Das ist viel zu viel. So, ein bisschen spielen damit. Ja, okay. Gut, dann mache ich hier noch. 170.000 draus. Auflaufprämie passt. Zu null Prämie setze ich drauf auf 5.000. Beteiligung am Trikotverkauf. Ja, warum nicht? So viele werden das ja wahrscheinlich nicht. Ein Jahr Option für den Spieler gebe ich ihm auch noch. Drei Jahre Vertrag haben wir. Das langt eigentlich. Genau, Freigabeabstieg möchte ich ihm jetzt nicht unbedingt geben. Ich gebe ihm noch eine 2% Steigerung. Dafür nehme ich aber hier diese 5.000 wieder raus. Dann mache ich da wieder 2.000 draus. Denn so reicht es uns. Immerhin haben wir es mal so weit geschafft. Stefan Schnorr ist dran. Trikotverkauf, definitiv. Freigabe bei Abstieg möchte ich ihm auch nicht geben. Stattdessen möchte ich ihm lieber einen Vereinsposten anbieten. Er kriegt auch die Option. 3% Steigerung. Handgeld, auch er bekommt 50.000. Und hier machen wir mal glatte 700.000 draus. Ja, eine 7.000.000. Gut. Dann eine Torprämie, beziehungsweise die Nullprämie 2.500. 2.000, okay, der rundet alleine. Ja, 4 Jahre ist schon okay. Gut. Dann der höchstbezahlte Spieler, da ist er wahrscheinlich sowieso schon. Gut. Irgendwas muss ich ihm hier noch jetzt auf jeden Fall bieten, was ihm das Gesamte nochmal ein bisschen schmackhafter macht, dass wir wenigstens irgendwie auf die 2 Sterne kommen. 800.000 will er auch. Der Mann will es wissen. 800.000. Ja, ist doch, also das ist doch satt. Aber der wäre dann noch verdammt wichtig für uns. Okay. Legen wir los. Gut. 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 Die Woche läuft durch. Autosave, sehr wichtig. Der stürzt bei mir gerne nochmal ab. Ich versuche es zu vermeiden, indem ich ein paar mehr Schnitte mache und dafür nach jedem Schnitt direkt Speicher mit ihrer Mannschaft Kurzpass-Spiel perfekt einstudiert. Sehr schön, das freut mich noch. Gut. Spendenwunsch. Fußballschule Afrika 5.000. Das reicht. Wir haben es leider nicht so dicke. Sonst immer. 25.000. Hans Saper wechselt zu Reutlingen. Das ist ein Knaller. Björn Schlicke. Tomislav Maric. André Wiedener. Und Frankfurt zu FSV Frankfurt. Zu Kier gewechselt. Okay. Okay. Schauen wir mal rein. Mautenham kommt. Das ist schön. Ist er denn schon in der Ausstellung zu sehen? Ja, genau. Da ist er. Ich kann nicht anders als darüber zu schmunzeln. Aber uns Uwe. Uns Uwe Mörle. Den muss man einfach abfeiern. Das geht einfach nicht anders. Man hat da keine Chance. So. Und den Person möchte ich ein bisschen defensiver aufstellen. Genau so. So passt es auch. Ja. Genau. Bisschen zurückfallend. Dafür kommen die Außenverteidiger dann hinten. Woher kommt er denn jetzt? ja gut. Drei Stürmer. Machen wir das. Gut. Person kommt dann da hin. Wir sollten ein wenig defensiver spielen. Wir sollten ein wenig defensiver spielen. Deswegen dorthin. Sehr schön. Ich speichere mal. So. Wer geht es mit der Aufstellung? Roni Maul. Ist ja schon ein echt adäquater linker Mittelfeldspieler. ist ja das Problem. Es ist nicht das übersichtlichste Menü ever. Lange noch. Nein. Was ist denn mit Jakobsen los? Ausputze in den Verteidigen. Okay. Moment. Ich bin nicht schwach. Aber wer spielt denn bitte mit Ausputze? Also hallo. Also wir sind zwar hier in der Liga sich mit Sicherheit eher unten anzusiedeln. Aber dennoch dürfte das doch jetzt hier nicht den ganzen Ausschlag geben. Gut. Dann tausche ich die beiden nochmal. Und bringe Maul. Und Jakobsen. Was auch immer seine Mission ist mit diesem mit dem Ausputzer Lieberwo. Wie alt ist der denn eigentlich? Der Schwede. Können wir den? Wollen wir den verkaufen? Er ist 29. Ich setze ihn jetzt einfach mal rauf. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld dazu. Dann können wir immer noch ein Upgrade machen. Ja. Machen wir einfach mal so. Ja. Das ist okay. Abfängen. Marco Vorbeck. Auch noch dabei. Also einen Stürmer können wir abgeben. Und die Salvo. Vorbeck. Sehr, sehr talentiert. Und Jung. Das ist hier mit Salvo. Und Bayerle. Diese beide alt. Dann würde ich sagen, den Salvo, der ist noch älter als der Bayerle. Und setzt sich auch mal mit auf die Transferliste. Also ein bisschen günstiger als sonst schon. Besteht ja nichts von wegen Marktwert. Gut. So, dass wir einen von den beiden ein bisschen hochziehen können. Denen die Salvo. Vertrag bis 2006. Das erlangt vollkommen. Auf die Transferliste setze ich ihn aber nur mit. Nur zur Leihe. Okay. Die Leihgebühr kann man dann nicht einstellen. 300.000. Die berichtet sich nach dem. Wert, der oben steht. Gut. Gut. Spielliste. So lässt es sich aber eigentlich auch relativ. Schön anschauen. Sehr viel übersichtlicher. Klar. Leute. Leute. Es ist echt frustrierend. Also eine Viertelstunde etwa gespielt. Nicht mal. Und schmiert er ab. Wir haben einen Transfer gemacht. Ja. Einfach abgeschmiert. Wieder eiskalt. Und ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ja. Ich weiß jetzt echt nicht. Ich tue mich sehr schwer jetzt damit. Ausgerechnet dieses Projekt. Was ja so gut angelaufen ist. Auf Eis zu setzen. Also ebenso wie den 2005er. Der 2005er würde dann nachrücken. Einfach als Lückenbüßer. Bis ich, äh, ja. Andere Fußballmanager Videos produziert habe. Aber ich hatte mega Bock auf dieses Projekt. Ich hatte so Bock drauf. Und jetzt schmiert er die ganze Zeit ab. Im Kompatibilitätsmodus will es auch nicht. Da sagte er mir von Anfang an. Da geht er gar nicht ins Spiel rein. Da sagt er mir. Bitte neu installieren. Was ja auch absolut sinnbefreit ist. Denn mit dem Windows 7 funktioniert es prima. Bis auf halt die Anstürze. Das, äh, nervt. Zu viele Ligen habe ich definitiv nicht genommen. Äh. Ja. Ich werde jetzt das nachholen, was wir, was jetzt wieder weg ist. Äh, und dann, ja, werde ich mich nochmal zurückmelden und die Folge beenden. Und ich werde dann einfach was anderes aufnehmen. Es tut mir leid, Leute. Ich hatte mega Bock auf, auf, äh, Michael Oenning mit Hansa Rostock. Mit all diesen Legenden. Marco Vorbeck, Marcel Schied, Antonio Di Salvo und natürlich uns, Uwe Möhrle. Äh. Aber so macht das ja auch alles keinen Spaß. Weder zu spielen, ja, noch zum Zuschauen, wenn ständig, äh, ja, harte Schnitte gemacht werden. Aufgrund von Abstürzen. Das muss echt nicht sein. Ich versuche trotzdem mein Bestes im Hintergrund so ein bisschen dran zu bleiben. Äh. Äh, dass ich den Fußballmanager 2003 auf jeden Fall zum Laufen kriege. Oder, ja, vernünftig zum Laufen kriege. Das Savegame werde ich dabei natürlich, äh, ja, sichern. Das ist ganz klar, denn ich möchte hier weitermachen an dieser Stelle, wo wir jetzt sind. Mit unserem Morten Hamm. Markus hätte ich fast gesagt. Ähm. Ja. Aber so macht es keinen Sinn, wirklich. Also. Äh, ich stelle jetzt noch alles ein. Dann melde ich mich nochmal kurz zurück. Und dann, ja. Nehme ich was anderes auf. Sorry. So, Leute. Wir hatten ja schon fast alles drin. Nur Markus Lanz hat Joachim Persson aus der Startelf verdrängt. Genau. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe den, die Salvo zu Leil auf die Liste getan. Den Jakobsen, den Andreas Jakobsen, Jakobsson, Entschuldigung, äh, habe ich zum Verkauf dargeboten. Genauso wie Bashiru Salou. Genau. Und noch irgendwen hatte ich, glaube ich, dabei. Oder war ich mir nicht. Bin mir nicht sicher. Genau. Den, äh, Peter Wibran. Dabei ist mir aufgefallen, wie viele Schweden es eigentlich in Wirklichkeit so sind. Also. Das ist ja. Der reine Wahnsinn. Und dann hole ich noch einen Denen dazu. Läuft. Gut. Und hier, äh, müssen wir auf jeden Fall eins machen. Wenn wir das denn machen können. In den anderen geht das. Denen geht leider nicht. Denen geht leider nicht. Schade. Äh, ich wollte ihn in Ronny Maul um benennen. Nicht Ronald. Halt. Ja gut. Dann, äh, ja. Muss ich mich leider, aber, ja. Sicher vorerst von diesem Manager verabschieden. Äh, bis hierhin hat es mir eigentlich echt ziemlich Spaß gemacht. Aber ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, dranbleiben, dass ich das Ding irgendwie zum Laufen kriege. Irgendwie muss es möglich sein. Aber so macht ein Let's Play derzeit keinen Sinn. Äh, wir werden aber an gleicher Stelle weiterspielen. Das verspreche ich. Und, äh, ja. Dann nehme ich jetzt was anderes auf, damit auf jeden Fall was erscheint. Und, äh, ja. Ich habe aber auch ziemlich Lust auf einen anderen Manager. Also nicht, nicht, weil ich den hier nicht mag, sondern, ja, weil ich parallel auch gerne was, äh, aktuelleres gerne habe oder so. Gut. Alles klar. Dann genug gelabert. Ich gehe jetzt hier noch, na, wo ist es denn, Spiel speichern. Zack. Hansa Rostock. Gut. Dann, bis zum nächsten Mal. Ade und ciao.